Ich zeige Ihnen noch mal. Hast du noch irgendwas zu erzählen? Hi, guten Morgen. Hallo. Hallo. Danke dir. Du musst nur noch einen Schritt näher, dann ist es gleich ganz gut. Sie sehen so anders auch noch. Ich habe mich nicht erkennt. Vielleicht kannst du dich ein bisschen nach vorne beugen, oder so. Ja. Du kannst es noch nicht vorbei oder so. Und dann hast du diese gröre Tonnen auch. Ja. Hallo, ich übernehme jetzt auf Deutsch und ich freue mich sehr, dass ihr an hier seid. Ich hoffe, ihr habt hier ein paar nette paar Stunden und genießt auf die Snacks, die wir da vorne haben. Ihr könnt euch mal die Kollektion anschauen. Schauen wir, was wir da zusammen so entworfen haben. Und genießt einfach die Zeichen. Es ist wirklich fantastisch zu haben hier heute, zu launchen. Wir sind wirklich begeistert. So, ich werde Ihnen ein bisschen insight auf wie diese Kollektion, wie es all kam zusammen. Ich denke, die opportunity zu arbeiten mit Pamela hat sich absoluten, 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 eine fantastische match zu der Branden. So, für uns, ein Jahr ago, wir zusammenarbeiten, in terms of, wie wir diese Kollektion zusammen haben. Now, being a blogger, es ist sehr wichtig, dass wir wirklich diese Influenzen von Fashion Catwalk in die Closet. So, wir zusammenarbeiten, in terms of, was die Kollektion war, und auch die Fabrikation, die wirklich match Pamela, und wie sie fühlen, sehr komfortabel in es. Now, die Kollektion ist wirklich über Femininity. Es ist ganz flirty, es ist fun. Die Kollektion war, die Kollektion war, ist auch wirklich, mit den, die, 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 die Aufmerksamkeit So I'm going to hand you over to Pamela now and she's going to talk a little bit more about some of her favourite pieces in the collection. So one of them I'm wearing right now. I absolutely love the body that I'm wearing because it's lingerie on the one hand but you can also pair it with jeans and wear it like as a daytime outfit and that's what I love. Also the velvet topic is really on trend right now so I feel like we did a great job with that. And also, if you can just for a second, I also love this set which is also the set that you can see outside in the window. It's a long line bra and a wonderful dusty pink and I'm a big fan of pink tones so that's what I love. And you have, I think, a couple of options for the bottom just like in case you like another shape or something. Exactly. It's just making sure that women can actually have exactly what they want to fit their figure and allow this whole femininity to work with us. Pamela's right. The blue that's come through and the velvets are so key on trend so you're going to see it really coming through and quite a few styles and accessing into a lot of the lingerie styles as well. So what's another key piece from this collection? I mean, it's hard for me to decide because I love all of them but I also really love the body of course which is more like on the lingerie side but what I really love are the bras because of the fabrics like the mixture of the different fabrics really comes across really well with the bras I think. Okay, this one's absolutely lovely in terms of colour tone and fabric. Yeah, like even with the grey tones I love the mixture of the velvets and the lace and the satin and also on the bottom you can see that it matches perfectly. So, and by the way this is a push-up bra. The red one doesn't have any padding in it. It's a demi-brown. Yeah, that's like a demi-brown. You have like a cut-out here on top which is also really beautiful. But it's hard for me to decide but if I should decide I would say the body and the pink set. And then not forgetting that you've got some really lovely nightwear pieces to go with this as well. So, to complete the look you've got you've got chiffon and satin as well so we've really worked into that flirty feeling and the concept kind of completes the look as well. So...